Was bisher geschah Die heimelige Geschichte, die ich erwartet hatte, Blackwall Und so geht's weiter Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Inquisition Ja, die letzten beiden Parts waren ein bisschen schwafellastig, aber das musste auch mal sein Ich hab die restlichen Nebenbeigespräche, die jetzt nicht so interessant waren, jetzt mal im Laufe der Zeit schnell beendet Wir haben jede Menge Begleiterquests bekommen Heißt einmal Blackwall, der ist ja hier plötzlich verschwunden, das werden wir als erstes machen Dann haben wir hier von dem lieben Iron Burner Mission Ebenfalls von Vivienne und auch von Liliana Also das werden wir jetzt wohl die nächsten Parts zuerst machen Und dann mal gucken Will es weitergehen Mit was auch immer Ich hab auf jeden Fall noch nicht mit Cullen gesprochen, denn da glaube ich erwartet uns ein kleineres Event Deswegen hab ich das jetzt erstmal noch gelassen Damit wir erstmal hier die Blackwall Revolution machen Ding, ding, ding Nehmen wir den mit Sandra Dorian Und Cole Jetzt muss ich nur gucken Ich hab nämlich im Beim Kartentisch Missionen eingegeben Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da Nicht die Berater brauchen Zur Not müssen wir halt derweil Die nächste Nächstgelegene Mission machen Nebenbei haben wir auch die Mission bekommen Dass wir die Heldin von Faraiden kontaktieren können Das hab ich natürlich im Laufe Hab ich jetzt auch schon mal erledigt Also zumindest In Auftrag gegeben Oh, Dorian Mit einer neuen Rüsi Ui, ui, ui Und Cole hat auch eine neue Rüsi Oh nein Vielleicht ist schon wieder ein Volksaufstand Hm, 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 hm Hm Cyril Morney Für eure Verbrechen gegen das Reich von Orlais Für die Morde an General Vincent Calier Lady Lorette Calier Ihren vier Kindern und ihren Dienern Werdet ihr zum Tode durch den Strick verurteilt Oh, no Was ist dieser Mann für Blackwall Ein Bruder, ein Freund Sie werden ihn töten Sehr gut erkannt, ich bin beeindruckt Dorian, hör auf Äh, Cole zu dissen Fahrt fort Können wir nicht einfach hier Die Hinrichtung verhindern Aufhören Wir sind die Inquisition Oh Da ist er ja Ein grauer Wächter Dieser Mann ist unschuldig an den Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden Es wurden Befehle erteilt und wie jeder gute Soldat hat er sie befolgt Dafür sollte er nicht mit seinem Leben bezahlen Dann bringt mir den Mann, von dem die Befehle kamen Blackwall Nein, ich bin nicht Blackwall Äh Ich war nie Blackwall Wächter Blackwall ist tot Und das schon seit Jahren Überraschung Ich nahm seinen Namen an, um mich wie ein Feigling vor dem zu verstecken, der ich wirklich bin Ihr, nach all dieser Zeit Damit ist jetzt Schluss Ich verstecke mich nicht mehr Ich gab den Befehl Ich beging das Verbrechen Ich bin Tom Renier Äh Ja Nette Maske What the fuck Gehört ja zu Payday Mal abgesehen davon Ja Für all diejenigen, die jetzt gerade den Herzinfarkt bekommen haben Mit Was Wie kann das sein Ja, so ist das Ähm, Blackwall Ist nicht Blackwall, sondern Tom Renier Wer aufgepasst hat im Spielverlauf, hat auch schon mal mitbekommen, wenn wir ihn dabei hatten Wegen Ja, und der Befehl kommt ohne jeden Zweifel direkt von der Kaiserin Dann stehen wir zu eurer Verfügung, falls es sich als notwendig erweisen sollte Ich sorge dafür, dass diese Information weitergegeben wird Es gibt natürlich Widerstand, aber die Inquisition ist uns willkommen Aha, interessant Ähm, wo war ich gerade Richtig Für diejenigen, die aufgepasst haben Wieso, weshalb, warum das so komisch ist Oder wie auch immer Also wenn man ihn dabei hatte Wenn man zum Beispiel auf dunkle Brut trifft Und man sagt dann so Blackwall Wie viel sind da Dann kommt von Blackwall Ähm, das kann ich nicht genau sagen Oder wenn man irgendwie ihn über die grauen Wächter befragt Dann ist er auch ziemlich, sag ich mal Kurz angebunden meistens mit seinen Aussagen Auf Fragen, zum Beispiel mit der Besessenheit der Wächter Wie das ist und warum er nicht besessen ist Also beziehungsweise diesen Ruf nicht hört oder beeinträchtigt davon ist Ähm, reagiert er auch ein bisschen angepisst Beziehungsweise so nach dem Motto Ja, was soll das jetzt, wieso fragst du mich Und äh Und ist dann auch nicht besonders begeistert Also man kriegt es im Laufe der Story schon mit Dass da irgendwas faul ist Ganz lustig ist es Wenn ihr Iron Bull und Blackwall zusammen in der Party habt Dann Iron Bull gibt immer wieder Kommentare ab Wo man sich dann das schon so ein bisschen denken kann Also ich meine Iron Bull ist ja nicht umsonst Ben Hassrat Also der hat ja nicht umsonst so ein bisschen seine Fühler überall Und ja Da merkt man, dass Iron Bull doch ein bisschen mehr wusste Zu diesem Zeitpunkt schon Oder geahnt hat Je nachdem Und einen so mehr oder weniger durch die Blume Darüber informiert hat Dass Blackwall wohl nicht so ganz mit den richtigen Karten spielt So Gefängnis Revolution Deswegen war ich, als ich das erste Mal diese Szene hatte Und dass da wirklich Ich war stinksauer auf den Kerl Erstens Ich hatte dauernd schon so ein Gefühl Dass mir der nicht die ganze Wahrheit erzählt Weil wenn man selber in Origins den Wächter gespielt hat Weiß man einige Sachen ja Und da waren dann viele Punkte, wo ich mir gedacht habe Irgendwas haut da nicht hin bei dem Irgendwas erzählt der Erzählt mir da Kacke Und als dann diese Szene hier gewesen ist Hab ich mir echt gedacht What the fuck Und wieso hat der sich nicht mir anvertraut Dieser Idiot Ja Bezeichnet dich als Freundin Und keine Ahnung Und lügt einem die Bucke voll Das ist ja voll für den Arsch Nettes Zimmer Ich hasse ihn so zu sehen Ich hab dann immer Mitleid mit ihm Ich nahm nicht Blackwalls Leben Ich tauschte seinen Tod ein Er wollte mich für die Wächter Aber wir wurden überfallen Von dunkler Brut Er wurde getötet Ich nahm seinen Namen an Damit ein guter Mann weiterlebt Aber der Mann Der er war Hätte keinen anderen für sich sterben lassen Okay Ich hau dich mit meinem Zauberstab Und dann You know Ihr habt mich belogen Habt ihr sie wirklich getötet Macht euer Macht euer Todes wieder gut, Idiot Aber echt Naja, stimmt Du hast dich Jetzt in dieser Situation Hat er sich mutig verhalten Ihr habt diesen Mann gerettet So etwas erfordert Mut Mut? Ich habe Unschuldige getötet Der Hund Der Geigen Aber es ist dein Anfang Warum seid ihr hier? Ah Warum bin ich hier? Weil Ich meine Leute nicht im Stich lasse Auch wenn sie mal Mist bauen Bin ich hier Idiot Deswegen Ihr solltet wissen Dass ihr nicht allein dasteht Begreift ihr es denn nicht? Ich gab den Befehl Lord Callier und sein Gefolge zu töten Ohne meinen Männern zu sagen Was sie da taten Und als es ans Licht kam Floh ich Meine Männer haben dafür bezahlt Während ich vorgab Ein besserer Mensch zu sein Ja weil du Schiss hattest Das hier Ist es was ich bin Ein Mörder Ein Verräter Ein Monster Davon bin ich nicht überzeugt Seit mehr als das Eben ich bin davon nicht überzeugt Dass das so ist Welches Monster hätte sich selbst gestellt Ihr habt irgendwann aufgehört Das nur vorzugeben Oh Blackus Volus Du machst mich echt gaga Ja Komm mir nicht mit Ja Ich muss genau wissen Was ihr getan habt Wen ihr ermordet habt Und warum Ich habe das Kaiserreich verraten Und einen General ermordet Und das allein für Gold Der Mann war General Vincent Callier Mein Auftraggeber War ein Chevalier Namens Robert Chapuis Sir Robert war der Überzeugung Großherzog Gaspard Sei der rechtmäßige Herrscher von Orlais Und würde letztlich den Thron besteigen Er dachte Indem er einen von Selens treuen Unterstützern Aus dem Weg räumt Könnte er sich beim wahren Herrscher Belieb machen Oh mein Gott Mir kann ich sagen Ob Robert's Plan aufgegangen wäre Ich kann nicht gleich ein Froschen heiß Es war mir egal Er hat mir gutes Geld geboten Und ich habe es genommen Als Sir Robert's Verstreckung In die Sache aufgedeckt wurde War ich schon lange fort Der Großherzog hat natürlich Jegliche Kenntnis der Tat geleugnet Und sie öffentlich verurteilt Orbear hat sich selbst getötet Mit vergiftetem Wein Ein weiteres Opfer des großen Spiels Oh mein Gott Ihr habt eure Männer dazu gebracht Euch zu helfen Was habt ihr ihnen erzählt? Sie wussten nicht Wem der Angriff galt Ich habe ihnen erzählt Es sei eine wichtige Mission Sie haben mir blind vertraut Genau wie eure Männer euch vertrauen Hallo? Ich töte ja wohl nicht einfach irgendwelche Typen Einfach so Naja Vielleicht Aber die haben es verdient Puh Das sieht man auch im Let's Play Ich habe Zeugen Ich bin keine Verräterin Armeen brauchen Anführer Unsere Sache ist gerecht Armeen brauchen Anführer Armeen sind Waffen Und Waffen führen sich nicht selbst Waffen haben keine Leben Keine Familien Keine Träume Eine Armee ist nicht einfach nur eine Waffe Oh du machst mich irre Mein Berichten zufolge war Calier mit seiner Familie zusammen Ihr habt sie alle abschlachten lassen? Ich wusste nicht, dass Calier mit seiner Familie reisen würde Ich hatte nur mit Soldaten gerechnet Mit bewaffneten Wachen Meine Männer hatten den Befehl Niemanden am Leben zu lassen Oh Mann Sie hatten den Krieg erlebt Sie dachten sie beschützen ihr Land Niemand denkt gerne darüber nach Aber es sind Namen Die in dieser Welt Macht besitzen Stammbäume Erben Anführer wie Selen oder Gespart Mögen ja gerne vorgeben Das Spiel laufe anders Aber genau so werden Kriege Indem ihr eine ganze Familie umknockt Oh Gott ey Nicht mal einer von deinen Männern hat da ein bisschen nachgedacht in dem Moment Das ist super So sollte es nicht sein Kriege sollten nicht auf diese Weise geführt werden Es gibt dafür keinen Grund Kriege sind ungerecht Und der Himmel ist blau Du gehst mehr auf den Piep Es gibt noch etwas, das ich mich frage Ja Wer ist denn? Wer ist denn? Erzählt mir von Blackwall Dem echt Wir sind uns in einer Schenke begegnet Als ich auf der Flucht war Ich war ein Nichts Eine Verschwendung von Leben Aber er wollte mich rekrutieren Wir machten uns auf den Weg nach Valchevon Um den Beitritt zu vollziehen Doch dann bestand Blackwall darauf Einen Halt einzulegen Es war bei einer alten Ruine Aus der Zeit einer der vergangenen Verderbnisse Er sagte sie führe in die tiefen Wege Ich sollte alleine hinabsteigen Nach dunkler Brut suchen Und ein Flash hier Ah ja, richtig Als ich zurückkehrte War der Wächter in einen Hinterhalt Weiterer Kreaturen geraten Er hat einen Hieb abgefangen Der mir galt Er hätte nicht sterben dürfen Ich hätte es sein müssen Er sah es anders Ich will euch da nicht widersprechen Aber Blackwall war zweifelsohne der Meinung Dass er es wert ward gerettet zu werden Niemand hätte für mich sterben sollen Ich Ich bin mir sicher Er hätte gewollt Dass ich meinen Weg nach Valchevon fortsetze Aber ohne Blackwall gab es keinen Beweis Dass ich rekrutiert wurde Dass ich ihn nicht getötet habe Zu den Wächtern konnte ich also nicht gehen Aber ich konnte auch nicht einfach so weitermachen Also ist Renier gestorben Und Blackwall hat weitergelebt Wer wart ihr vor dieser ganzen Geschichte? Ich war Hauptmann in der orlysianischen Armee Angesehen Respektiert Doch das genügte mir nicht Ein Fehler Ein einziger Fehler Und alles wofür ich gearbeitet hatte War zunichte gemacht Wow Der Mann am Galgen Mornay Wer war er? Mein Stellvertreter Er war ein guter Mann Als ich hörte, dass er Ist er jetzt tot? War ich fest entschlossen Seine Hinrichtung zu verhindern Ich konnte nicht noch jemanden Für meinen Fehler sterben lassen Okay Ich geh dann mal Das wäre vorerst alles Bespricht die Lage mit Cullen Der wird sich freuen Das ist, ähm, ja Oh Ich habe hier Lilianas Bericht Über Turm Renier Ich will's nicht wissen Ja Setzt mich ins Bild Anscheinend war unser Freund Einst ein angesehener Hauptmann In der kaiserlichen orlysianischen Armee Vor dem Bürgerkrieg Wurde er umgedreht Er ließ sich überzeugen Einen von Cillens Größten Unterstützern zu ermorden Oh mein Gott Er hat eine Gruppe Absolut loyaler Männer Mit auf diese Mission genommen Und ihnen nichts davon erzählt Seine Männer haben für ihn gebüßt Einigen wenigen Glücklichen Wie Morne ist es gelungen Zu entkommen Autsch Das ist äußerst hilfreich Oder zumindest lehrreich Ihr solltet die Schuld Nicht bei euch suchen Diesen Fehler Haben wir alle gemacht Was machen wir jetzt Black Renier hat sein Schicksal akzeptiert Aber das heißt nicht Dass ihr es auch tun müsst Das werde ich auch nicht Wir haben entsprechende Mittel Wenn er in unsere Hände Übergeben wird Könntet ihr selbst Ein Urteil über ihn fällen Was würdet ihr tun Cullen Wenn es an euch wäre Was würde geschehen Was er den Männern Unter seinem Kommando Angetan hat War untragbar Er hat ihr Vertrauen Missbraucht Ebenso wie das unsere Dafür verachte ich ihn Doch er hat auch Als Wächter gekämpft Er hat sich der Inquisition Angeschlossen Er hat sein Blut Für unsere Sache vergossen Das stimmt Und in dem Moment In dem er seine Vergangenheit Abschüttelt Macht er kehrt Und bekennt sich zu ihr Warum Er wollte sich ändern Und um zu beweisen Dass er seine Vergangenheit Wirklich hinter sich gelassen hat Musste er sich ihr stellen Es hat Mut erfordert Mornay auf diese Weise zu retten Das muss man ihm lassen Aber ich kann euch nicht sagen Was ihr tun sollt Wir holen ihn raus Sie sollen uns Renier übergeben Beeilung Unsere Optionen Können wir überdenken Wenn wir wieder In der Himmelsfeste sind Ich lasse niemanden Von meinen Leuten im Stich Auch wenn ich ihn danach Persönlich in den Arsch treten muss Aber trotzdem Das ist Ich lasse niemanden hier Einfach so Am Galgen Zurück Und ach ja ja Ich meine Okay Er hat einen Fehler gemacht Und der Fehler war auch Jetzt nicht gerade toll Und nicht unbedingt klein Aber es gibt Er hat in der Zwischenzeit So viel Gutes getan Und Ja schwierig Auf jeden Fall definitiv Nicht jemanden Den man einfach so zurücklässt Dafür dass er sich zu Dem bekannt hat Was er eigentlich falsch gemacht hat Sollte man Nicht Leute Die sich dem stellen Was sie verbockt haben Sollte man Nicht hängen lassen In dem Moment Sondern ihnen beistehen Und ihnen helfen Die Sache So gut es geht Irgendwie Wieder In den Griff Zu kriegen Beziehungsweise Zu verbessern Gut zu machen Whatever Ever Ein wahrer Freund Ist und zu einem steht Und auch durch Dick und dünn Mit einem gehen möchte Und dann nicht einfach Nur in guten Zeiten Sagt Ach ja schön Wir sind befreundet Und sobald es demjenigen Dann dreckig geht Was den kenne ich nicht Wer ist das Leider gibt es Immer wieder solche Exemplare von Menschen Die dann Lieber den einfachen Weg Gehen und sagen Ach Das ist mir zu anstrengend Um darüber nachzudenken Also lasst man das einfach mal Bla 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 Aber solche Leute Sollte man dann auch Ganz schnell aus seinem Kapitel Freundeskreis Robot ever streichen So Dickes X Oh Gott Wenn er es für sinnvoll Haltet können wir dafür sorgen Dass Tom Renier Uns vormals bekannt Als Blackwall Aus dem Gefängnis Von Varoujo Befreit wird Indem er seiner Bestrafung entgegensieht Bedenkt allerdings Inquisitor Dass er in Olé Als Verantwortlicher Für das Massaker gilt Bei dem Lord Vincent Callier Ein General Und treuer Verbündeter Silenz Und seine gesamte Familie Ums Leben kam Ich überlasse die Entscheidung Euch Callen Beziehungen Ich kann einen Odessianischen Thron Um einen Sondererlass bitten Der gewährleistet Dass Tom Renier In die Obhut Der Inquisition Überstellt wird Das mag womöglich Einige verärgern Aber nach Alam Chiral Ist man uns dort Einen Gefallen schuldig Wir können hier Auf einen Schlag Zwei Probleme lösen Es gibt in unseren Reihen Ein Verräter Der Renier Hinsichtlich seiner Statur Und seines Aussehens Ähnelt Wir könnten ihn Fesseln Und knebeln Und Reniers Platz Einnehmen lassen Er wird an seiner Stelle Gerichtet Und die Welt glaubt Renier habe für seine Taten Bezahlt Truppen Wir können das Gefängnis Mit einer kleinen Truppe Stürmen Und Renier In unseren Gewahrsam nehmen Die Wachen im Gefängnis Von Vairoyo Werden sich uns Allerdings entgegenstellen Wir müssen also mit Verlusten rechnen Nein Austausch Wir machen einen Austausch Ich weiß jetzt zwar nicht Ob das so toll ist Aber naja Tom Reniers Schicksal Unser Ersatzmann Wurde an Tom Reniers Stelle hingerichtet Soweit es die Welt betrifft Stab Renier bei Sonnenaufgang Meine Emissäre Werden die Täuschung Aufrechterhalten Und verhindern Dass anderslautende Gerüchte Aufkommen Der echte Renier Befindet sich in unserem Gewahrsam Liliana Okay Was haben wir hier noch Ah ja cool Kallen hat 30 Einfluss gewonnen Mit dem Dingsi So Ja Mal gucken Wir machen den Part Noch zu Ende mit Dem Gerichtsprozess Über Tom Renier Alias In Klammern Blackball Der Typ Der mir Kopfschmerzen bereitet So Dann ist das ein Special Blackwall Part In Erwartung eures Urteils Inquisitor Tritt heute Hauptmann Tom Renier Vor euch Vormals bekannt Als Wächter Blackwall Ich wollte meine Klamotten Noch uminnern Das mach ich im nächsten Part Definitiv Als erstes Seine Verbrechen Nun Ihr kennt seine Verbrechen Ja Es war alles andere Als leicht Ihn hierher zu bringen Doch die Entscheidung Was mit ihm geschehen soll Liegt nun bei euch Wieso immer bei mir Ich will Ich hasse es Dich so zu sehen Ich wusste das hier wird Nicht leicht Aber dass es mir so Schwer fallen würde Hätte ich nicht gedacht Ein weiterer Umstand Den ich bedauere Ich weiß Ihr habt dafür gesorgt Dass ein anderer Mein Platz einnimmt Aber sind da nicht Schon genügend Leute Für mich gestorben Ich wünschte Es hätte einen Anderen Weg gegeben Aber meine Möglichkeiten Waren begrenzt Ihr hättet mich Einfach dort lassen können Nein hätte ich nicht Ich hatte meine Strafe akzeptiert Ich war bereit Mit allem abzuschließen Blöder Idiot Warum musstet ihr es verhindern Was wird nun aus mir Tut Buße und ihr seid frei Das entscheiden die Wächter Ihr bleibt bei eurer Lüge Nein Das nicht Oder ihr den Wächtern übergeben Sobald alles früh ist Nein Ihn freilassen Und ihm die Möglichkeit geben Seine Verbrechen wieder gut zu machen Ja Dann kann er sich selbst entscheiden Was er macht So einfach kann es nicht sein In der Tat Ihr seid frei Um als der Mann Der ihr seid Buße zu tun Nicht als der Verräter Der ihr wart Oder der Wächter Der zu sein Ihr vorgabt Als der Mann Der ich bin Ich kenne ihn kaum Aber er hat Ich habe Einiges wieder gut zu machen Tu dein Bestes Blackie Wenn meine Zukunft mir gehört Stell ich sie in die Dienste der Inquisition Mein Schwert gehört euch Angenommen ich hätte etwas anderes gesagt Hätte mich dann ein Pfeil aus dem Krähenschlag wie eine Kerze ausgepustet Du solltest mich besser kennen Wer sieht euren Posten Tom Regnier Der einzige Pfeil der dich getroffen hätte Wäre der von Sarah gewesen Und der wäre wahrscheinlich in deinem Arsch gelandet Du Arsch Jetzt mutzt er mich noch an Kann ich ihm nachträglich noch in den Arsch treten ETF Ja Was uns im nächsten Part noch so erwartet Dann mit dem Ich denke ich mal Sturmbullen Sehen wir dann Ich würde mich wieder über den Daumen nach oben freuen Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao